Schön ist das jetzt. Es ist wieder Bewegung, es ist Leben da. Man merkt, es ist Spaß da. Alleine die Musik schon. Und ich denke, dass die Veranstaltung positiv ausfällt. Weil wir haben ja noch früh am Abend und es läuft schon ganz gut an. Führig. Ja, die Zeit, wo alles geschlossen war, es war einfach, aber nicht nur für uns, es war für alle sehr schwierig. Muss ich sagen, du hattest diese Kontaktbeschränkungen, du konntest auf niemanden losgehen. Es war für alle schwer. Im gesamten Lande, sagen wir mal so. Es hat alles mal ein Ende. Auch diese Virus-Pandemie hat mal ein Ende. Und meiner Meinung nach kommt es schon zurück. Weil wenn keine Nachfrage nach diesen Kontakten in der Gesellschaft wäre, dann wird es uns nicht geben. Oder die Branche wird es nicht geben. Hier in Land so zehn Jahre. Ja, ich bin aufgewachsen. Wir sind hineingewachsen. Meine Familie ist hineingewachsen. Meine Mutter hatte 1968 eine Nachtclub eröffnet. Und den habe ich bis 1985 übernommen. Und 2009 habe ich das Haus hier in Land so eröffnet. Das sind meine persönlichen Mitarbeiter, meine Angestellten, habe ich acht Personen momentan. Die befinden sich in Kurzarbeit. Und wir haben die Möglichkeit, 26 Zimmer an die Sexwerkerinnen zu vermieten. Ja, hoffentlich. Es freut mich und ich wünsche mir, dass die Leute Spaß haben, wenn es auch nur ein kurzer Spaß ist. Aber sie sollen Spaß haben, sie sollen Ablenkung haben und wieder mal positiv, ein bisschen Lebensfreude sollen. Man soll merken, dass wir noch leben, dass man Lebensfreude auch haben soll. Natürlich, es ist so geplant, wenn es gut ausgeht, dieses Wochenende, heute Freitag, Samstag, machen wir dieses Wochenende die Veranstaltung. Dann ist geplant, dass nächstes Wochenende nochmal eine stattfindet. Aber dann versuchen wir einen anderen Starrgast zu finden. Heute ist die Michaela Schäfer da. Das heißt, dass es uns heute nicht langweilig wird. Nein, die fängt erst um, meiner Information nach jetzt um 23 Uhr, fängt die an zum Auflegen. Aber sie bewegt sich dann auch im Hof, dass jeder die Möglichkeit hat, sie zu sehen. Ja, es ist alles genehmigt. Die Polizei war gestern auch zur Abnahme hier. Sie haben gesagt, sie fahren nicht her. Nur wenn irgendwie Schwierigkeiten, wenn wir sie brauchen, dann kommen sie. Und okay, mit der Stadt mussten wir ein bisschen verhandeln. Aber im Endeffekt ist alles super gelaufen dann. Nein, es sind Corona-bedingte Auflagen, aber das ist ja ganz normal. Wie zum Beispiel Maske tragen, die Fenster geschlossen haben. Das ist in der heutigen Zeit normal. Und da sind wir sehr froh. Ja, die Leute, die kommen mit dem Auto rein, können dann ins Zelt fahren. Ich denke, sie können sich zwei Songs von Stripperinnen angucken. Es sind insgesamt zehn Stripper, zwei Stripper da, die Michaela Schäfer. Und im Wechsel immer sind gleichzeitig fünf im Einsatz. Die Leute haben wirklich die Möglichkeit, ich denke, dass sie vielleicht sogar überfordert sind, weil man kann ja gleichzeitig auf fünf Frauen schauen. Oder fünf Tänzerinnen. Ja, ich habe ja drücken. Ja, die Veranstaltung ist ja für alle, auch für Pärchen, für Frauen, für die Männer, dass für jedes Auge was geboten wird. Das ist so alkoholfreier Lustrasekt, das bekommen sie noch zum Eintritt dazu als Erinnerung. Lustra Piccolo alkoholfrei mit unserem Logo drauf. Gut zum Chhh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR